So, bevor ich jetzt darauf eingehe, was Diebseek hier besser macht als die Konkurrenz, kurz mal eine Einführung, was ist eigentlich ein Sprachmodell, wie funktioniert das eigentlich? Kann man sich ganz einfach vorstellen als einen Kasten, wo auf der einen Seite ein Text reingeht, das kann ein einzelnes Wort sein, das kann auch ein Satz sein. In diesem Kasten befindet sich jetzt eine gigantisch große Mathematik, also Milliarden von Formeln, Milliarden von Zahlenwerten, und da wird praktisch von links nach rechts einfach nur gerechnet. Gerechnet, 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 Matrizenoperationen, Vektoroperationen und so weiter. Es gibt dort keine Rekursion, es gibt dort niemanden, der nachdenkt, es gibt dort keine Zwischenspeicher, gar nichts. Es wird wirklich nur stur ein mathematisches Modell durchgerechnet und auf der rechten Seite kommt ein Ergebnis raus, und zwar insgesamt genau so viele Zahlenwerte, wie das Vokabular ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die deutsche Sprache nehmen, die hat vielleicht 50.000 Wörter, dann kommen auf der anderen Seite genau 50.000 Zahlenwerte raus. Und diese 50.000 Zahlenwerte, das ist nichts weiter als eine Statistik. Jeder Zahlenwerte ist ein Prozentwert, der angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit das nächste Wort zu diesem Satz passt. Das ist alles, was ein Sprachmodell macht. Also egal, wie kompliziert es manchmal ausschaut, und auch wenn man sagt, naja, aber die können doch denken, und die können sogar argumentieren und Software entwickeln und so weiter, das könnt ihr alles vergessen. Ein Sprachmodell ist nichts weiter als ein statistisches Modell. Es wird von links nach rechts stur durchgerechnet, und es kommt nichts weiter raus als eine Wahrscheinlichkeit. Und die einzige Rekursion, die stattfindet, ist die, dass dieses Wort, was man dann gefunden hat, das kommt auf der anderen Seite wieder rein. Und zwar nimmt man nicht immer das Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, sondern man sucht aus den Wörtern mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ein paar Zufall eins aus. Das kann man über einen Temperaturfaktor einstellen. Dadurch steigt einfach die Kreativität. Das ist alles, was dahinter steckt. In diesem Sprachmodell selber gibt es dann noch ein paar Blöcke, die durchlaufen werden. Also mathematische Blöcke, mit denen man einmal die Wortbedeutungen feststellt, die Position kodiert, den Kontext erfasst und so weiter. Das erkläre ich im nächsten Video im Einzelnen, wie das genau funktioniert. Aber das mal zum groben Überblick. Wie haben die Chinesen das jetzt geschafft, mit 2000 Zeilen Code die gesamte Chatbot und LLM-Welt auf den Kopf zu stellen? Ja, dazu gehen wir nochmal auf die Modellkarte von DeepSeq in Hugging Face. Das habe ich ja schon im Teil 1 vorgestellt. Und das erklärt sich anhand der Konfigurationsdatei, die wir hier oben finden und mit der sich DeepSeq genau justieren lässt. Genau diese Werte sind eben ein wichtiger Grund, weshalb DeepSeq so gut performt. DeepSeq hat quasi ein Rezept entdeckt und das LLM zum Teil auch experimentell so weit optimiert, bis es die Leistung gezeigt hat, die wir jetzt sehen. Ja, ich erkläre euch jetzt mal ein paar von diesen Werten. Fangen wir mal an mit der Hidden Size oder mit der Dimension. Das ist hier 7168 Dimensionen. Das ist die Anzahl der Kategorien, anhand derer Wortbedeutungen festgestellt werden. Also das kann man sich ein bisschen vorstellen wie, man nimmt ein Wort und guckt, welche Nationalität hast du, welches Geschlecht hast du, bist du groß, klein, welche Farbe hast du und so weiter. Und da kann man eben dann tausende von Kategorien feststellen und die Wörter danach einteilen. Der zweite Wert, das ist die Wörter, die das Sprachmodell umfasst. Das kann man sich also vorstellen wie der Wortschatz, wobei das sind jetzt 130.000, das sind wahrscheinlich sogar mehrere Sprachen, die da drinstecken. Also vermutlich kann man sich da mit Deutsch und Englisch und vielleicht auch Chinesisch dann mit dem Sprachmodell unterhalten. Das entspricht also in etwa den Wörtern. Nun, Attention Hats, da geht es darum, ein zentrales Element von Sprachmodellen ist es, die Beziehungen zwischen Wörtern festzustellen, also den Kontext aufzulösen, wenn man einen Text vorlegt, zu verstehen, in welcher Beziehung diese Wörter stehen. Und Hats 128 heißt, dass man das 128-fach macht. Und der letzte Wert, das ist Hidden Layers, das ist die Anzahl, wie viele von diesen Attention Layers es gibt. Also die wiederholen sich 61 Mal, man vergrößert dadurch eben das Modell. Also insgesamt wird der Attention-Mechanismus 128 Mal in der vertikalen und 61 Mal in der horizontalen vergrößert. Und diese vier Werte, das sind so die wichtigsten Werte, weil mit denen bestimmt man die Größe des Sprachmodells. Ja, könnte man die Werte nicht einfach riesengroß machen, dann würde man sozusagen eine unglaubliche Intelligenz erzeugen, wenn man das einfach nur groß genug macht. Und dann hätte man vielleicht auch ein Modell, was besonders schlau wäre. Ja, das Problem ist aber, je größer man das Modell macht, desto mehr Rechenleistung braucht man. Und irgendwann kann man das dann einfach nicht mehr berechnen. Und das Zweite ist, wir wissen einfach gar nicht, ob diese Skalierung tatsächlich die gewünschten Effekte hat. Also es werden natürlich Versuche gemacht, diese Sprachmodelle immer größer zu machen. Aber es kann sein, dass wir von der Intelligenz her möglicherweise gar nicht mehr besser werden. Möglicherweise erreichen wir irgendwann einen Grenzwert. Es könnte sogar sein, dass die Intelligenz abnimmt, während das Modell größer wird. Also das muss man wirklich experimentell herausfinden. Und es wird sehr spannend sein, was die Zukunft bringt. Aber das ist jetzt halt eine Größe, die man noch einigermaßen mit der heutigen aktuellen Hardware abdecken kann. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu den Parametern, die entscheidend dafür sind, warum DeepSeq so wahnsinnig erfolgreich ist. Warum das wirklich so unglaublich performant ist und auch die Konkurrenz aussticht. Und da gibt es einige Dinge, die man hier verwendet, die DeepSeq einfach besser macht als die Konkurrenz. Und da fangen wir an mit den Werten, die das sogenannte Mixture of Experts einstellen. Zum Beispiel MOE, Intermediate Size, Routed Experts und so weiter. Das sind Parameter. Damit wird ein Mechanismus konfiguriert. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie beim Gehirn sozusagen vom Menschen. Also es ist, wenn man jetzt eine mathematische Aufgabe gestellt bekommt und man fährt gleichzeitig Auto, dann ist es sehr schwierig, die zu lösen. Es ist viel einfacher sozusagen, wenn man sich auf etwas konzentriert. Und das Gleiche versucht man eben bei diesen Sprachmodellen zu machen. Man guckt eben die Texte, die reinkommen. Da gibt es ein sogenanntes Gate. Das stellt dann erstmal fest, welchen Experten braucht man denn jetzt dafür. Also wenn es eine mathematische Aufgabe ist, dann wird man nur bestimmte Teile von dem Sprachmodell aktivieren. Und das macht DeepSeq eben besonders gut. Die haben sozusagen die Granularität dieser Experten noch weiter erhöht, schalten also immer nur bestimmte Teile von dem Sprachmodell ein und andere aus, erreichen es eben dadurch, dass sie von diesen 670 Milliarden Parametern immer nur ein Teil brauchen. Ja, was einmal die Rechengeschwindigkeit eben deutlich erhöht. Ja, und dann kommen wir zu einer zweiten Sache, die DeepSeq besser macht als die Konkurrenz oder die ja auch, man kann sagen, brandneu ist im DeepSeq-Modell. Und das ist die sogenannte Multi-Head-Latent-Attention. Und da geht es im Prinzip darum, die Auflösung für die Information, die verarbeitet wird, zu reduzieren. Also man hat einfach gemerkt, dass man in bestimmten Teilen des Sprachmodells die Auflösung verringern kann, mit der man auf den Kontext schaut und dass die Ergebnisse immer noch genau genug sind. Darauf erspart man eben auch wieder Parameteranzahl, man spart Rechenzeit, man spart Trainingszeit. Ja, und die dritte wichtige Verbesserung von dem DeepSeq-Modell, das nennt sich Auxiliary Loss-Free Load Balancing Strategy. Da geht es eben um eine Verbesserung von diesem Mixture-of-Expert-Methode. Man sorgt einfach dafür, dass die Experten sozusagen gleichmäßig ausgelastet sind. Und das ist ungefähr, kann man sich vorstellen, wie im menschlichen Hirn, wenn man jetzt bestimmte Teile aktiv hat, man will nicht, dass sozusagen gewisse Teile des Hirns sehr stark belastet sind, während andere vielleicht nicht so stark genutzt werden. Man versucht es eben gleichmäßig auf die verschiedenen Bereiche des Hirns zu verteilen. und dadurch erreicht man eben auch in diesem Sprachmodell eine deutliche Verbesserung der Performance. Ja, es gibt natürlich etliche andere Technologien, die da noch verbaut sind, aber das sind sozusagen die wesentlichen Key-Punkte, mit denen sich DeepSeq jetzt wirklich da ein bisschen abhebt von der Konkurrenz. Da kann man natürlich die Frage stellen, warum machen die anderen das nicht auch so? Naja, zum Teil machen sie schon so, aber DeepSeq hat, ja, die haben sozusagen experimentiert hier. Vielleicht hatten sie auch ein bisschen Glück, hier wirklich sozusagen ein Rezept zu finden, mit dem sie einfach optimal jetzt an den Start gegangen sind. Ja, das war's für heute. Jetzt sind wir einmal alle gespannt, wie das weitergeht mit DeepSeq und ob sich auch die ganzen Angaben bestätigen. Da gibt es ja doch noch so vielleicht auch ein paar kleine Ungereimtheiten, zum Beispiel mit der Hardware. Das hat ja geheißen, der Weng Feng hat A100 Hardware gekauft, trainiert wurde es aber mit einer H800. Also das wird man wahrscheinlich auch noch dann mit der Zeit erfahren, was da jetzt wirklich dahinter steckt und was das dann wirklich gekostet hat. Ja, es bleibt spannend und auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn wie gesagt, in den kommenden Videos geht es weiterhin um KI und um die Technik dahinter und wem das interessiert, der sollte auf jeden Fall ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.